So, herzlich willkommen zurück zu Jackline 2, let's play, auf Deutsch. Wir haben gerade die Chizena-Mine eingenommen und bilden gerade noch Milizen aus. Das lasse ich noch weiter laufen und dann werde ich mit gut ausgeruhten Söldnern den zweiten Teil von Chizena versuchen einzunehmen. Es wurde vorgestanden, noch ein, zwei Söldner zu kaufen. Ich muss mal kurz nachschauen. Und zwar, was haben wir denn? Na? Nails, aber der ist gerade nicht da. Nails zu kaufen könnte sich vielleicht anbieten und wir haben ja schon Spider. Soweit ich weiß, verstehen er und Spider, die ich ja schon habe, sich relativ gut. Und insofern könnte sich das lohnen, ihn anzuheuern. Ah ne, Static war ein guter Freund. Ne, jetzt, egal, ne, jetzt nehmen wir trotzdem mal. Ich habe mir jetzt mal eine Nachricht zu lassen, hoffentlich stirbt er nicht, bevor er zurück ist. Gut. Dann lassen wir das mal ein bisschen weiterlaufen. Ein bisschen Milizen ausbilden. Ja, sehr schön. Die, ähm, Loyalität steigt da durch. Igor lernt auch fleißig. Ne, da habe ich keine Lust zu kämpfen. Das soll ich die Jungs mal machen. So. All right. Ähm, Train Militia und Thor macht das ebenfalls noch. Und das haben die anderen gemacht. Ich glaube, die haben, also bis auf Steroid, haben Marksmanship trainiert. Und Steroid hat sich darum gekümmert, dass unsere Ausrüstung wieder ein Top-Schuss ist, wenn wir, ähm, den nächsten Sektor angreifen. Gut. Ah, ne, das reicht. Das reicht jetzt mal. Ähm, Train, Trainer, Marksmanship. Train, Student, Marksmanship. Student, Marksmanship. Ah, er kann nicht mehr. So, das machen die noch bis zum Morgen. Und dann würde ich sagen, ähm, die Fähig sind und schlafen wir und dann greifen wir an. Ja, dann hat sich das Wesenheitserledigt. H-Punkte hat es glaube ich dazu gebracht. So, alle schlafen. Ähm, kurz noch die Ausrüstung checken. Die aber für alle vollkommen in Ordnung zu sein scheint. Ähm, vielleicht hier noch irgendwas? Ne, anscheinend nicht. Ah ja noch, die kann Crunchy zurücknehmen. Dann passt das auch wieder. So, noch ein Kevlar-Helm für irgendjemanden, der braucht. Ja, kann ein Kevlar-Helm wir brauchen. Noch ein Fluss-8-Kit mitnehmen. Sonst ist glaube ich inzwischen jeder mit guten Sachen ausgestattet. Gut. Dann warten wir noch kurz ein paar Stunden, bis alle ausgeschlafen sind. Ja, ist gut. Oh, E-Mail. Ja, das reicht erstmal. Ich habe eine neue Mail. Ah, warum kriege ich denn da drauf? Ich bekomme Not-Sophie-Increase. Ah, Gasket wird teurer. Ja, zurückzug, zurückzug. Scheiße! Okay, ähm... Die Sam-Site gehört uns nicht mehr. Gut. Dann ziehen wir uns doch mal zurück und nehmen das später neu ein. Hier sind... alle jetzt fertig und in den frühen Abendstunden greifen wir sich die Zähne an. Haben aber gleich noch wieder was zu tun. So ein Mist. Ich weiß nicht, diesen Sektor habe ich immer, wenn ich gespielt habe, früher als etwas kniffliger angesehen. Die Leute halten sich meistens hier in diesem Bereich auch auf, was eher doof ist. Ja, gute Idee. Jawohl! Gehen wir dann lang. Gehen wir alle zusammen. Ich glaube, wir gehen alle zusammen erstmal hier und versuchen dort in die Idee dieses Gebäudes zu kommen. Na gut, das ist ja super, dass ihr sich ein bisschen teilt. Dann haben wir eine viel größere Fläche, die angegriffen werden kann. Gefällt mir. Hier. Let's show them what we are made of. Okay. Einen gesehen. Yeah. Grunty ist noch besser geworden. Jawohl! Okay! Ja, agreed. Sehen wir ihn noch? Ich weiß, ich werde mich nicht erlauben, dass ich mich nicht erlauben werde, dass ich mich nicht erlauben werde. Ja, ist gut. Ja. Hier kommt die Probleme. Jawohl! Ja! Ja! Okay, dann. Das ist so schlecht. Ja, komm, wir probieren es einfach mal. Von hier aus. Schön. Ein Treffer. Sehen. Was Bonds dazu zu sagen hat. Oh, yeah. Ersten erledigt. Eigentlich scheint es auch wieder nicht wenige Leute zu geben. Fällt mir überhaupt nicht. Ich werde gleich übrigens auch noch, wenn Wissen das Geld anfängt zu fließen, noch ein paar Sölden heuern, weil so wie ich das momentan sehe mit der aktuellen Situation, die kann ich, glaube ich, gar nicht genügend Leute haben. Juhu. Ja. Dann. Ich werde mal die ganz Feige pur ziehen. Ja. Ja. Jawohl! Yes. Ja. Yes. Ich kann mich hier so ein bisschen verschanzen und gucken, wann sie kommen. Ebenfalls, welche Leute doof genug sind zu kommen. Hoffentlich genug. Ansonsten, die ganze Inventarfrage, da scheint es ja, aha, da scheint es ja so ein bisschen gespaltene Meinung zu geben, was da sinnvoll ist. Ich werde jetzt erstmal einfach weitermachen, wenn es nicht zu lange zieht, aber sobald ich dann größere Aktionen starte, da werde ich dann wirklich nur noch dann präsentieren, womit ich dann, ah, womit ich fertig bin. Okay. Ich mache es am besten. Soll ich hier diesen Kampf? Ja. Jetzt kann ich es, glaube ich, noch probieren. Ja. Ich meine, ich habe eindeutig die besseren Waffen und die besseren Leute. Aber ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass das Glück mir nicht Holz sein wird. und das ist jetzt auch ein. Schön. Ja, jetzt mal alle hinlegen. Schön. Das war so nah genug, um hier zu sein, dass das so nah wie es fühlt. Du hast hier ein kaltes Feuer hier. Glück, dass du hier жив bist. Gut, dass du das so fühlst, einmal in ein paar Zeit. Gut, mal sehen, was passiert. Grunty aus dem Nordosten, also von hier ungefähr. Na? Geht's noch weiter, oder...? Was macht der Typ da? Nee, doch nicht. Huh. Schon gedacht, eine der berüchtigten... Ja. 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 Ja, sehr schön. Ja. Ja, der erledigt den doch jetzt. Mann. Warum machst du das nächste Roll? Na gut, wenigstens etwas. Wir sehen, was passiert. Nicht deine blöde Schrift. Deinen blöden Auspuff. Ui. Er hat das Schloss zerschlossen. Ich wusste gar nicht, dass hier abgeschlossen ist. Da läuft gar nichts drin. Nee, da ist gar nichts drin.